Heinrich Roth, Pädagoge, 1961-1971, Baurat Gerberstraße, Nummer 4-6. Heinrich Roth, 1906-1983, Pädagoge, Heinrich Roth wurde am 1. März 1906 in Gerstetten, Württemberg geboren. Nachdem er zunächst die Mittelschule und das Lehramtsseminar absolviert hatte, holte er das Abitur nach und studierte anschließend in Erlangen und Tübingen Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Geografie und Staatswissenschaften. 1933 wurde er mit einer jugendpsychologischen Untersuchung promoviert. Nach einer Tätigkeit als Heerespsychologe und dem Kriegsdienst wurde er 1955 ordentlicher Professor an der Hochschule für internationale pädagogische Forschung in Frankfurt am Main. 1961 folgte er einem Ruf auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für Pädagogik an der Georgia Augusta, den er bis zu seiner Emeritierung wahrnahm. Heinrich Roth starb am 7. Juli 1983 in Göttingen. Heinrich Roths Bedeutung beruht zum einen auf seinem überragenden Einfluss auf die Entwicklung der wissenschaftlichen Pädagogik. Seinem Wirken vor allem ist es in Deutschland die Entwicklung einer realistischen Erziehungswissenschaft zu verdanken, die er in seinem Standardwerk Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens zusammenfasste. Der dynamische Begabungsbegriff, das heißt die Deutung der Begabung als Lernfähigkeit, die durch entwicklungsgemäße Lehr- und Lernprozesse immer erst gefördert werden muss, geht ganz wesentlich auf ihn zurück. Zum anderen hat Roth in erheblichem Maß die bildungspolitische Diskussion in der Bundesrepublik beeinflusst, insbesondere durch seine Tätigkeit im Deutschen Bundesrat von 1965 bis 1975 und seine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. In dieser Zeit heftiger politischer und pädagogischer Reformdiskussionen hat Roth mehr als 70 Gutachten und Empfehlungen zur Entwicklung des deutschen Bildungswesens verfasst und dadurch nicht zuletzt die neue Form der Gesamtschule entscheidend gefördert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund würdigte Heinrich Roth 1970 durch die Verleihung des Kulturpreises. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaftler